Ich finde Handball ist ein vielseitiger Sport, in dem es auf Härte und Biss ankommt und das gefällt mir. Handball ist meine große Liebe und mein Leben. Für mich ist Handball einfach unglaublich. Es ist für mich mehr als ein Sport. Du gehst jeden Tag dahin für das, was du liebst. Es ist einfach. Teamgeist, das macht halt alles aus. Zusammen Kämpfe, zusammen Spiele. Man hört meist schon das Trommeln, das Klatschen und man freut sich dann eigentlich nur in diese Halle einzulaufen. Die Nervosität steigt und auch die Vorfreude auf das Spiel, auf das, was gleich passieren wird. Es ist einfach unbeschreiblich, wenn du da in dem Gang stehst und du weißt, die Leute, die da sitzen, die sind halt einfach nur für dich da. Die sind da, um die Mannschaft zu sehen. Das ist einfach geil. Für mich sind die Fans wieder auch die Spieler, die sind noch ein Extraspieler auf der Bahn. Und die sind manchmal auch echt mit Spielentscheidend. Also es ist ja eigentlich egal wie oder wann. Siege fühlen sich immer am besten an. Let's go! 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 Let's go!